Oh, kommt mir aber einer hinterher, du. Daher. Wo ist der? Wo ist der dahin hier? Ja, hier, na, Uppsala! Uppsala! Das war ich nicht! Uppsala! Was ist das für ein Name, Alter? Uppsala! Wie soll ich bitte den ankoppeln? Wie soll ich bitte hier rumkommen überhaupt? Wollt ihr mich total verar... Warte, nee, das... Jo, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Wie soll ich... Hallo? Ich kann ihn nicht angucken. Was machst du denn? Irgendwie... Hä? Ich bin hängen geblieben auf immer, ich will vorwärts fahren, er fährt rückwärts. Das verstehe ich nicht. Ja, und wie soll ich jetzt bitte schön... Wie soll das jetzt bitte schön funktionieren? Kann mir das einer erklären? Nee. Ja, wie soll denn das funktionieren? Hä, wollt ihr mich total verarschen? Stellt ihr hier so einen fetten Drecks... Anstatt ihr mir den gebt? Nee, da geben sie mir natürlich den hier hinter. Ist klar. Wie soll ich jetzt bitte schön... Wie soll denn das funktionieren? Sag mir das mal jetzt einer hier. Nee, das funktioniert niemals im Leben. Nee. Das funktioniert niemals im Leben. Komm, fahr einfach. Lol. Alles klar, okay. Ich back durch, okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, gut. Hallo? Was ist da? Was war das denn eben? Warum... Hä? Warum ist der da gedürftet? Ach komm, fick dich, Mann. Warum gedürftet der... Hä? Was war denn das jetzt für eine Scheiß-Aktion? Verarschen kann ich mich selbst, ganz ehrlich. Überholt er mich? Der kommt immer näher. Ja, der überholt mich jetzt. Ja, komm, dann überhol. Dann ist er doch ein bisschen schneller als ich. Gut, dann ist es so. Oh, hier ist aber jetzt ordentlich was los. Oh! Junge! Ist der Geist gestört? Was ist denn mit dem jetzt passiert? Junge! Toll! Guck mal, wo er jetzt liegt. Ey, wie soll ich da vorbeikommen? Ist der gegen den Baum gef... Und der andere wartet auf den Typen. Naja, gut. Der ist jetzt weg. Der wurde jetzt abgeschleppt. Wie kann man so bescheuert sein? Nee, ey, der ist so dicht... Kollege, dein Kumpel ist hier gerade verunglückt. Willst du nicht helfen? Der wurde abgeschleppt. Kann der Deutsch? Olimbauer. Warte mal. Dein Kumpel ist umgekippt. Dein Kumpel ist umgekippt. Er wurde abgeschleppt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt... I was? Ich dachte, das ist ein Deutscher. Mein Englisch ist nicht so geil, aber... Your friend ist in... Ja, dein Kumpel ist umgekippt da hinten. Der ist vor mir... Der ist gegen den Baum gefahren und ist umgekippt. Mein Englisch ist jetzt nicht so geil. Ich dachte, das ist ein Deutscher wegen dem Namen. Olimbauer. Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich jetzt nicht, was du machst. Ob du wartest auf ihn? Ja, fahr am besten noch gegen eine Laterne. Ja, kann man machen. Was ist mit dem hier? Lol. Hi. Lol. Was machst du da, Kollege? Was ist mit dem los? Ist er besoffen oder was? Ich würde so feiern, wenn der umkippt, Alter. Hier ist aber ganz schön Betrieb da. Da vorne steht wieder inneren, mitten auf der Straße. Alter, das kann ja jetzt lustig werden. Ja, Kollege, ich habe schon Platz gemacht. Bloß wenn der Idiot da einfach... Ja. Muss man nicht verstehen, aber... Naja. Einfach mal stehen geblieben. Hä, was macht... Was ist mit euch falsch, Alter? Hä? Das war aber eine späte Entscheidung. Alter, die hören wohl alle zusammen mit die Hubschrauber. Das war aber eine ganz schön... Alter, die fahren alle hier rein, ne? Ja, also... Ja. Eui, eui, eui. Eiskalt die Vorfahrt genommen. Ja, oh noch, wa? Ich wusste es. Eiskalt! Eiskalt die Vorfahrt genommen. Oh mein Gott, nee. Ich werde nicht mehr. Komm, komm, komm. Das schaffe ich jetzt. Aber jetzt bleibt er auch noch stehen, ne? Alter, hier musst du ja höllisch aufpassen, ne?